So, da wär ich wieder Haben wir hier eigentlich noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wir haben jetzt so viel Mist dabei Da können wir nur das Fenster zumachen, okay Hier können wir was schmieden Achso, hier kann man Sachen wunderbar zerschlagen, aber dafür brauchen wir einen Hammer Was kann man denn da zerschlagen? Hier gibt es noch von viele Trotype Werken los, wo's da sind? Schmieden die Schmiede Die Schmiede Jetzt schauen Sie immer genau um das zuvor So, das hätten wir auch schon mal Ach, hier ist wie ein Wimmelbild, okay Jetzt brauchen wir einen Schlüsselbund Schlüsselbund, Flasche und Kriegsball schon wieder Ein Baum, Sombrero und ein Schädel Blatt und dreimal Muschel Halskette und eine Falle Ah, da war das Kriegsball Da ist der Schlüsselbund Was versteht man jetzt unter Falle? Eine Fingerfalle So, jetzt brauche ich jetzt eine Flasche, Falle, Blatt, Lupe Hier ist die Flasche Hier ist eine Lupe Da ist eine Falle Jetzt wird noch das Blatt So, was ist das letzte Objekt? Und zwar ist das Arhein Rubin Das uns jetzt total weit bringt Hier fehlt uns immer noch eine Figur Oder haben wir so einen Steinkreis? Ne Wir haben einen Hammer Das ist ein Hammer in China Ist doch so Dann können wir eventuell den Schädel zertrümmern Wenn ich jetzt nochmal den Ambers finden würde Wo war denn der? Museum hier hinten, ne? Genau, den unendlich wertvollen Totenschädel zertrümmern wir einfach mal Von den XY Toten Hierzu Vorher ich die Pimarerische Kastadeln Wenn ich die Kastadeln wieder einsetze Achso Das ist ein Rubin Nuch So wird es im Moment eigentlich mal wieder ein bisschen leerer Ich habe einen Sekretärschlüssel Was soll ich Wann der Sekretär jetzt In drei heutigen Abend wieder Ich habe einen Sekretärschlüssel Ich habe einen Sekretärschlüssel Oh Ah, natürlich Wasser, wenn ich nur etwas hätte, um es transportieren zu können Ja, wo war der Sekretär? Natürlich, logisch Hier ist er, genau Zieh wieder alle Schubladen raus Ja, wo war der Sekretär? 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 Ja, wo war der Sekretärärer? 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 Jetzt haben wir noch so einen hessischen steinkrieger Zahlencode Ist doch nicht wahr, oder? Halt mal, wir wollen erst mal eine ganz große Platte Und schon mal, wir wollen jetzt mal die Aufhaben, wir wollen das Wir wollen jetzt mal, wir wollen das Hochschule, wir wollen und wir wollen jetzt einen So, dann würde ich sagen, kommt die da hin. So, dann würde ich sagen, kommt die da hin. Quatsch, hab ich den verkehrten Fall gerümmt, ey. Gibt's doch nicht. So, dann würde ich sagen, kommt die da hin. So, dann würde ich sagen, kommt die da hin. So. 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 So.